Also, den DEPA hat Konnach mit Schümler zu tun. Den DEPA, das war die Wolfer-Affäre für Trösen bekannt zu machen, auch für darin zu leben. Dafür haben wir ja ein Trösenfest gefeiert. Ein, der bei dem Rösenfest ganz viel gemacht hat, das war der Vertreter von der Syndikat-Initiative, den Kohl. Der Kohl hat den Enkeher, den Saarbräckener Radio, anbietet an einem Rösenfest bei den Reutern, den Rösenfesten von Wolferheim. Und wir haben sie darüber geschwärt. Und wir haben den den Saarbräckener Radio. Denen hat er gefragt, ob wir nicht daran interessiert wären, in Wolferheim mit dem Pfälzischen Rosendorf Schmitzhausen zusammen zu schaffen, und eben am Kader von der Rösen Aktivitäten zu machen. Da sind wir dann auf Saarbräcken, und den Radiogang haben wir dann da erschriven. Und dort hat der Gemeengerot proposiert, wir sollen dann Italien an Frankreich beiziehen. Von der Welt wird kein Mensch geschwärt. Und da haben wir dann vor sich, hier Wirtschaften zu fahren. Aber für dich haben wir zwei Franzese, der René Langouillant. Aber Langouillant ist ziemlich normal, wo wir dann dafür interessieren, dass wir uns dafür interessieren, und in Italien haben wir da nur vier geschlagen. Am Anfang waren sie weder französisch konversiert, da waren gar nicht warm dafür. Und die italienischen Menschen, die gefragt haben, dass sie die Universität nicht kennenlernen, die waren absolut nicht interessiert. Und du bist immer noch selber in Limana, als aufgetaucht, und die waren ganz begeistert. Und das haben wir dann auch an einer Räunion zu erwerben, am Radio, und die vier gemengen in der Schreven. Den Kante Jumeläsch findet alle jungen Städte an einer eine Gemeng, mit dem Walfe Jumeläsch. Ich mache nur noch schon plus-minus 15 Jahre mit dem Walfe Jumeläsch. Und das ist eben alle jungen Flot-Erfahrung, weil in uns ist alle jungen in einem anderen Land. Und plus-minus sind wir die selbe Schreven. Und alle Länder organisieren dann auch dann sein Programm. Die Schreven werden wir in Lützebüch vom 18. Juli bis den 28. Juli. Wir sind noch zwei. Und wir haben uns eine große Visite gemacht vom Land. Eben weil die Ausländische Kanne, also das Land verschieden kann und das Land nicht kennen, sind wir an allen Ecken vom Land eben Visiten machen gegangen und noch Aktivitäten organisiert. 1060-09-200kt 1060-21ígen-200kt 1060-200kt und hierna Genie 1020-200kt WI-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi 1060-50-200kt 1060-200kt 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 Vielen Dank.